Herzlich willkommen zum Podcast Arbeiten mit Mousse, dem Podcast, bei dem ich mit Menschen sprechen möchte, die auf dem Weg sind oder bereits da sind, das zu tun, was sie wirklich, wirklich tun wollen und bestenfalls damit auch ihr Geld verdienen. Heute spreche ich mit Heiko Zieroth, er ist Experte für Persönlichkeits- und Personalentwicklung, das tut er als Speaker, Trainer und Coach und sein Premiumprodukt ist Nörgeln als Chance, da gehen wir natürlich gleich direkt drauf ein und dafür wird er auch von namhaften Unternehmen regelmäßig gebucht. Lieber Heiko, vielen Dank, dass du da bist und magst du dich und deine Berufung einmal in drei Hashtags, Worten, Nomen beschreiben? Ja, moin Philipp, vielen Dank erstmal, dass ich da sein darf. Zu den Hashtags ist mir als erstes eingefallen Menschen, also Hashtag Menschen, weil alles, was ich bisher in meinem beruflichen Leben gemacht habe, sich mit Menschen beschäftigt und vor allen Dingen mit der Entwicklung von Menschen. Und das ist einfach so eine Herzensangelegenheit. Du hast ja, du beschreibst ja Dinge zu tun, die wir wirklich wollen und nichts anderes tun wollen und genau das darf ich tagtäglich tun. Das ist ein Riesengeschenk. Das ist jetzt erstmal so der wichtigste Hashtag und das hat immer mit Menschen zu tun. Das zweite ist Leidenschaft, weil ich tatsächlich liebe, was ich tue und auch nichts anderes tun möchte. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen entdrückt oder so ein bisschen abgehoben, aber es ist tatsächlich das, wo ich drauf hingearbeitet habe und was ich immer wollte und wo ich heute angekommen bin und ganz, ganz stolz bin, dass ich das machen darf. Und für die, die jetzt denken, sie wollen auch irgendwann da sein, da gehen wir natürlich drauf ein, wie du da hingekommen bist. Okay. Vor aber dein dritter Hashtag? Ja, der ist tatsächlich Liebe, weil ich liebe, was ich tue und ich auch das Gefühl habe, dass das durchaus gewürdigt und anerkannt wird von denen, mit denen ich das zusammen mache, also von meinen Zielgruppen, von meinen Kunden, von den Unternehmen, in denen ich unterwegs bin, dass sie erkennen, mit welcher Liebe ich das mache und wie ich das sozusagen zum Leben erwecke und wie groß ich mich da reinhänge. Ja, also wie groß auch der Outcome ist, wie das so schön im Business-Neudeutsch heißt quasi. Bei dem, was du gerade erklärt hast, Liebe und Leidenschaft, das einmal vielleicht trennen? Die Begriffe meinst du jetzt? Ja, genau, jetzt in dem Kontext. Also ich würde sagen, die Liebe ist so das Grundempfinden für das Thema, ja? Also wenn du morgens aufstehst. Ja, genau, wenn du morgens die Bettdecke zur Seite schlägst und sagst, okay, was ist jetzt genau das, was du heute für verschiedene Menschen tun kannst? Und das ist einfach so eine Grundhaltung. Ich liebe einfach auch die Menschen. Das ist kein Spruch. Also viele können ja Menschen gar nicht so gut um sich haben oder können Menschen gar nicht so gut vertragen oder aushalten oder so. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich im Grunde gar nicht genug von Menschen kriegen kann. Und je mehr ich mit ihnen tun darf und je mehr ich vor allen Dingen aber auch mit ihnen gemeinsam erreiche, umso mehr wächst eben auch die Leidenschaft, dass ich genau das tun möchte, ja? Und dass ich eben alles aus Menschen rausholen möchte, im sprichwörtlichen Sinne, gerade was ihre Entwicklungsfähigkeiten, ihre Potenziale betrifft. Im positiven Sinne. Absolut, absolut. Du hast ja das Hauptthema Nörgeln als Chance und da es jetzt kurz vor dem Wochenende ist, bin ich da nicht unbedingt glücklich drüber, dass wir jetzt darüber sprechen müssen, über Nörgeln. Warum das Thema? Das war natürlich Spaß. Ja, weil ich mir so Gedanken darüber gemacht habe, was ist eigentlich das, was die Menschen viel beschäftigt, ja? Und tatsächlich sind es ja ganz oft Menschen, die was tun, was wir nicht so gerne mögen oder mit dem wir nicht so viel anfangen können oder wo wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und das ist eben Nörgeln, ja? Also ich beobachte ganz, ganz häufig, dass immer wieder genörgelt wird bei jeder Gelegenheit, ja? Also es wird immer wieder gesagt, was alles blöd ist und was schlecht ist und wie schlecht die Welt ist und wie schlecht mein Umfeld ist. Und das ist etwas, dem habe ich mich da verschrieben und gebe ganz, ganz praxisnah Tipps dafür, wie du selbst damit umgehen kannst, wenn andere in deinem Umfeld eben mehr oder weniger oft eben mehr nörgeln, ja? Und das ist etwas, was ich halt transportiere und das ist natürlich auch sehr, sehr witzig, ja? Weil dann kommen dann Lebenssituationen und jeder… Die kennt ja auch jeder auch. Ja klar, jeder hat irgendwie jemanden in seinem Umfeld, der viel nörgelt, ja? Und das ist dann auch echt anstrengend. Und ich versuche auch in meinem Leben, mich davon zu distanzieren, ja? Also von diesen Menschen, die nur nörgeln und alles nur ganz schlecht und schwarz malen, ja? Hattest du schon mal eine Situation, dass du an der Supermarktkasse jemanden erwischt hast und irgendwie etwas gesagt hast oder irgendwo anders? Ich habe die ständig, ja? Also das ist, ich fliege ja häufig, ne? Also das schönste Beispiel sind immer die Flieger, ja? Also über irgendwas wird immer genörgelt, so. Also dann stimmt die Luft nicht oder wie der andere sich verhält. Also oft wird ja über andere genörgelt. Das ist ja das Schöne, das mögen wir Menschen ja gerne machen, dass wir sagen, so wie der sich verhält, so würde ich mich nicht verhalten. Das ist übrigens auch nicht richtig, sich so zu verhalten, ja? Und das ist ja dieses klassische Aufstehphänomen, also fast schon Hochhüpfenphänomen, sobald die Maschine noch nicht mal ganz steht, sofort schon irgendwie zu dieser Kofferabdeckung oben rennen zu müssen und sein eigenes Gepäck rauszufüllen. Gerade wenn man selber am Gang sitzt. Ja, genau. Am besten noch so über dich rüberklettern oder so, ja? Und dann sind andere halt dabei, die das beobachten und die sagen, ah, uh, ah, unmöglich. Also oft ist Nörgeln ja auch gar nicht formuliert, sondern sind nur so Geräusche. Ja. Also ich kommentiere das nonverbal und das finde ich auch ganz schön, wenn ich das so beobachte und da kann ich mich auch köstlich drüber amüsieren. Es hat natürlich immer was damit zu tun, das ist dann auch so ein bisschen die Auflösung dieses Impulsvortrages, wie stelle ich mich dazu auf, wie ist meine Einstellung dazu, wie ist meine Haltung dazu und wie entspannt bin ich auch damit, dass ich akzeptiere, dass Menschen so sind, wie sie sind und dass ich meinen ganz eigenen Weg finden kann, damit umzugehen. Dann aber wahrscheinlich ja eher auch im Firmenkontext, ne? Also das im Grunde ist eher darum geht, dass, ich sag mal, Führungskräfte ihre Mitarbeiter, die beim Nörgeln erwischen, dann damit umgehen lernen und die Mitarbeiter vielleicht auch selber. Sind Mitarbeiter bei dir auch bei den Vorträgen dann? Ja, tendenziell tatsächlich eher Führungskräfte. Also mein Überthema ist Leadership Experience, also wie kann Führung als Erlebnis gestaltet werden, das ist so die große Überschrift. Und deswegen ist meine Zielgruppe tatsächlich eher die Führungskraft und sind die Führungskräfte. Und das ist natürlich so der Klassiker, du stellst dir so ein Teammeeting vor und in dem Teammeeting wird irgendwas Großartiges besprochen und da geht es um eine Vision oder um eine neue Idee oder um irgendwas, was jetzt gerade behandelt werden will. Und du hast halt die Stinker dazwischen, die halt immer alles negativ sehen. Also nicht konstruktiv negativ, sondern die einfach irgendwie was beitragen wollen und das ist dann eben im Zweifel, ich nenne das gerne destruktiv, nicht sehr hilfreich. Also es will einfach irgendwas gesagt werden, das ist aber oft nicht zielführend. Warum meinst du, machen die das? Ja, es gibt ja diverse Gründe, warum Menschen nörgeln. Also was ich überwiegend beobachte, wenn ich dann die Chance habe, damit sozusagen tiefer ins Gericht zu gehen oder das tiefer zu analysieren, dann stelle ich fest, dass die eigene Unzufriedenheit uns oft dazu führt, dass wir nörgeln. Warum? Weil wir dann bestimmte Themen von uns fernhalten. Also wir lenken quasi von uns selbst ab. Das ist so eine Strategie, die der Mensch insgesamt gerne nutzt, wenn er feststellt, ich habe Probleme mit mir selbst, ich möchte aber nicht, dass der Rest der Welt das weiß und erfährt. Deswegen beschwere ich mich lieber über etwas oder über jemanden und dann wird aber nicht auf mich geguckt sozusagen. Dann schütze ich mich selbst. Eigentlich eine Selbstschutzmaßnahme. Meinst du, die ist typisch deutsch? Also jetzt so in dem Kontext? Ich glaube, sie ist ein bisschen deutscher als vielleicht manches andere. Ich mache das, also wenn ich auf der Bühne bin oder in meinen Trainings, sage ich das sehr häufig, dass ich den Eindruck habe, dass das eher so ein deutsches Phänomen ist. Und dann wird oft geschmunzelt bis gelacht, weil viele auch so international unterwegs sind und das oft aus dem Ausland eher nicht so kennen. Weil ich komme darauf, weil ich hatte einen Vortrag von dir gesehen, wo du ein Buch zitiert hattest. Magst du das einmal vielleicht erläutern? Ja, das hat ein Kollege geschrieben, der sich mit Nörgeln mal so aus einer anderen Perspektive beschäftigt hat und der halt auch aus dem Ausland nach Deutschland kommt und dann festgestellt hat, der kam aus den USA. Und dann einfach festgestellt hat, dass in Deutschland wohl scheinbar besonders gerne, besonders ausgiebig und in ganz spezieller Art und Weise genörgelt wird. Also schon mehr als woanders. Das zitiere ich natürlich auf der Bühne sehr gerne, weil die Menschen, wie du vorhin schon zu Recht gesagt hast, die identifizieren sich natürlich auch mit diesem Nörgler, der sie selbst natürlich nicht sind. Immer nur andere sind der Nörgler, ist ja klar. Aber mit diesem Verhaltensmuster Nörgeln, bei mir geht es ja ganz oft um Verhaltensmuster, um Glaubenssätze, um Überzeugungen, um Werthaltungen. Und die auch im Zweifel zu durchbrechen und in etwas Positives, Konstruktives umzuwandeln, zu transformieren. Vielleicht da einfach mal ein Beispiel, weil ich da ein Beispiel immer im Kopf habe, was bei mir mal passiert ist. Und vielleicht hättest du ja einen Quick-Tipp dafür, wie man da mit der Situation, wie man die hätte drehen können als Führungskraft. Und zwar hatte ich mal in einer Marketingagentur gearbeitet und kam am Montag da rein und der Chefer da, also stand mit im Raum und eine Mitarbeiterin war auch da. Und ich komme rein und war richtig gut gelaunt und habe halt sehr laut guten Morgen gesagt und mich gefreut. Die Kollegin hat sich einfach nur umgedreht, mich wirklich mit diesen, wie nennt man diese Augen, die so… Diese gerollten Augen. Ja, diese gerollten Augen. Die nervt gerollten Augen. Ja, genau, genau. Im Sinne von ernsthaft. Und mein Chef grinst mich nur an. Das ist ja blöd irgendwie. Aber wie hätte man das vielleicht, hätte man da was Cooles sagen können, hätte man da irgendwas machen können, um die Situation irgendwie zu drehen, also positiv nutzen können? Also erstmal ist es natürlich auch wichtig zu verstehen, warum reagieren Menschen überhaupt so, wie sie reagieren? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den Quick-Tipp für diese Situation brauche, im Sinne von muss ich da jetzt irgendwie eingreifen oder so. Was ich viel wichtiger finde, ist mich mit der Mitarbeiterin zu beschäftigen und zu hinterleuchten, warum ist die, wie die ist? Warum verhält die sich, wie die sich verhält? Und es gibt immer einen Grund. Also wir haben immer irgendwelche Motive, die auslösen, warum wir uns verhalten, wie wir uns verhalten. Und das ist dann im Zweifel aber uns gar nicht so bewusst und das ist dann auch das, was ich als Trainer und Coach mache, dass ich den Menschen erstmal auf eine produktive Art und Weise und auf eine gewinnende Art und Weise den Spiegel vorhalte und sage, Mensch, guck mal, wie du wirkst. Und dann, wenn du daran interessiert bist, anders wirken zu wollen, also da ist die Volition, also die Willenserklärung desjenigen sehr hilfreich, dass er das tatsächlich möchte, dann gucken wir uns mal an, warum du so bist, warum du so rüberkommst. Und gucken mal, was ein alternatives Verhalten sein könnte. Also wie könnte eine bessere Wirkung letztendlich ausfallen und wie kannst du da hinkommen? Also was kannst du für dich dafür tun, dass wenn jetzt jemand in die Agentur kommt, du ihnen freudestrahlend, wohlwollend entgegenkommst, fröhlich begrüßt. Also das wäre ja so die Entwicklungsrichtung dann. Das ist genau beschrieben das, was ich in meinem Business mache. Also ich transformiere die Menschen von A nach B, von einem vielleicht weniger guten Zustand hin zu einem vermeintlich besseren und den Weg dahin bestreite ich halt mit den Lernern oder mit den Klienten oder mit den Kunden gemeinsam. Die haben ja oft ein Zielbild, wo sie hin möchten und ich helfe halt nur dafür zu sorgen, dass die Menschen dahin kommen, dass die Menschen sich dahin entwickeln können und wollen. Sehr schön. Okay, wir wollen einmal in deine Vergangenheit, einmal ein bisschen dieser Vergangenheit Farbe geben und schauen, warum du da bist, wo du heute bist. Tatsächlich eine ganz interessante Geschichte ist, ich habe mit 16 die Idee gehabt, irgendwie ins Berufsleben zu gehen. Nach der Schule dann direkt? Genau, ja, ja, nach der Schule. Und dann habe ich natürlich, wen habe ich gefragt? Meine Eltern, ja. Und meine Mutter hatte dann eine großartige Idee, mach doch eine Berufsausbildung. Wie jede Mutter damals. Genau, und das fand sie auch richtig gut und ich finde das im Nachhinein auch gut, aber zu dem Zeitpunkt habe ich da jetzt nicht so besonders drüber nachgedacht und bin dann halt Banker geworden, Bankkaufmann. Und habe dann in dem Berufsbild aber relativ schnell festgestellt, dass ich da nicht lange bleiben möchte. Also habe eine verkürzte Ausbildung gemacht und es war eine richtig, richtig gute Ausbildung. Im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich sie so gemacht habe, weil ich habe Kunden und Business und so weiter kennengelernt. Aber habe festgestellt, also ein Leben lang am Schalter oder irgendwie in der Vermögens- und Finanzbranche ist nicht so mein Thema. Habe mich dann umorientiert und dann wollte ich tatsächlich mal zum Radio, das würde dich jetzt wahrscheinlich interessieren, weil ich so eine Idee hatte von irgendwie Fernsehen oder Radio und habe dann aber festgestellt, okay, dafür brauchst du schon eine fundierte Ausbildung. Irgendwie ein Volontariat oder eine Grundausbildung. Das hat dann nicht so richtig geklappt und dann bin ich im Verkauf gelandet. Gab es jemanden, warum du gesagt hast, du möchtest da hin oder war das einfach eine Idee? Nee, das war gar nicht vorbildgetrieben, sondern das war eher so eine Grundidee, dass ich das Gefühl habe, dass ich vielleicht eine gewisse Bühnenpräsenz habe oder vielleicht auch eine gewisse Ausstrahlung habe oder so. Oder dass ich darüber vielleicht andere Menschen begeistern und mitnehmen und mitreißen kann. Ja, genau. Und natürlich ist es auch als junger Mensch attraktiv, vielleicht bekannt zu sein oder irgendwie im Radio zu sein oder so. Das war wahrscheinlich dann auch eher so eine Modeerscheinung, die in dem jungen Alter mich halt auch irgendwie überwältigt hat. So bekannt sein und berühmt sein und irgendwie meinem Thema eine Stimme geben. Das war zu der Zeit sicherlich auch schon so ein Hintergrundthema. Okay, und dann Verkäufer? Ja, ich habe im Shop-Vertrieb gearbeitet. Also ich habe Handys verkauft sozusagen ganz lange und das war so der Auftakt meiner echten wirklichen Business-Karriere, weil ich dann relativ schnell aus dem Vertrieb so in die Vertriebsführung gekommen bin. Das heißt, die ersten Führungsaufgaben übernommen habe und wir waren dann sehr erfolgreich und habe mich dann stetig weiterentwickelt und bin dann sozusagen immer einen beruflichen Schritt weitergegangen. Also ich bin hierarchiemäßig aufgestiegen und bin dann auch in so übergeordnete regionale Verantwortung gekommen. Und da gab es dann aber auch so den ersten Crash, weil ich mit Anfang 20 streng genommen schon viel zu viel Verantwortung hatte und dann einfach mal gesundheitlich so richtig in die Knie gegangen bin. Und dann gemerkt habe, oh, das war vielleicht doch ein bisschen schnell, ein bisschen viel. Also das war dann so die erste Downsize, die ich in meinem beruflichen Leben so hatte. War aber wichtig. Also alles, was du mal so auf die Nase fällst, ist halt wichtig, um was daraus zu lernen. Und war das in dem Moment, als du auf die Nase gefallen bist, für dich auch bewusst, dass es gerade jetzt so einen kleinen Turn gibt oder geben sollte? Ich glaube, das wird einem dann erst bewusst im Verlauf dessen und wo es eigentlich auch schon passiert ist. Also wenn du das vorher gesehen hättest, dann wüsstest du, dass du es gar nicht erst dazu kommen lässt. Also ich bin da voll reingerauscht. Also ich habe einen Bandscheibenvorfall gekriegt und ich war halt noch sehr jung und das war schon ein deutliches Zeichen. Also mein Körper hat mir schon gezeigt, irgendwie das geht so nicht. Du musst irgendwas ändern. Und das habe ich dann halt auch gemacht und bin dann im Grunde, habe mich weiterentwickelt und habe dann im weiteren Verlauf, es knatscht dir, der Tisch knatscht, ich habe im weiteren Verlauf dann einfach geguckt, dass ich neue Dinge mache und bin dann tatsächlich auch entdeckt worden. Also hier steht auch so eine Frage, wie ging es dann irgendwie weiter? Und ja, da ist mir ein wichtiger Begriff eingefallen, der hieß Zutrauen. Also mir wurde etwas zugetraut. Von wem? Von meinem heute noch Mentor und damaligen Chef, der halt gesagt hat, Mensch, das Thema Training, das Thema Menschen entwickeln, das Thema Menschen was beibringen, also anderen Menschen was vermitteln, liegt dir irgendwie, passt irgendwie zu dir, steht dir. Vielleicht sogar mehr als das Führungsthema. Hat er dir nach dieser oder während oder nach dieser Krankheitsphase gesagt. Ja, genau. Und wie hast du den kennengelernt? Der ist mein Chef geworden. Ich konnte den gar nicht verhindern, dass wir uns kennenlernen. Okay, das heißt, er hat dich im Grunde dann dahin geleitet, Trainer zu werden. Genau. Was dann gleichzeitig heißen würde, dass du dort weggehst oder dass du das in dem Kontext immer noch tust? Nee, in dem Kontext nur mit einer anderen Aufgabe sozusagen. Okay. Dass das wohl gut passen könnte. Was hast du dann gemacht als erster Schritt? Erstmal war ich völlig überrascht, weil ich mir das selbst in dem Moment gar nicht zugetraut habe. Ich habe gedacht, ich muss Vertrieb machen und ich muss Führung machen. Das ist so das, was ich am besten kann. Ja. Ich habe das für mich selbst gar nicht so gesehen und dann haben wir darüber gesprochen, wie ich das realisieren kann. Ja. Und dann war tatsächlich die Grundausbildung, also eine Trainer-Grundausbildung, so der erste Einstieg. Und dann habe ich richtig, wie es landläufig heißt, Blut geleckt, weil ich gemerkt habe, oh, das gefällt mir richtig gut. Weil ich auch so die Mechanismen, die Techniken, die Tools, also die Ausbildung bekommen habe, zu wissen, wie funktioniert das eigentlich. Magst du einmal für den Hörer und die Hörerin einmal nochmal den Unterschied Coach-Trainer erklären? Ja, also der wesentliche Unterschied, dass beim Training im Grunde Wissen vermittelt wird und der Coach im Grunde dich in einem Weg begleitet, aber jetzt nicht unbedingt mit Input oder mit Content oder mit Wissen kommt, sondern eher das sozusagen aus dir rausarbeitet. Und natürlich auch das Thema Coaching ein Ergebnis offener Prozess ist, ja. Also beim Training guckst du genau, wo muss der Lerner wann sein. Du hast Lernziele. Genau. Und beim Coaching weißt du das halt im Zweifel nicht. Und da entwickelt sich im Prozess, wo die Reise hingeht, das ist für mich so der wesentliche Unterschied. Also, dass ich mit einem festen Konstrukt ins Training gehe, was wirklich minutiös im Zweifel durchgetaktet ist. Der Lerner, der Lerner, der fängt irgendwo an und hört irgendwo auf und ich weiß genau, wann der wo ist und das weiß ich beim Coaching im Zweifel nicht. Also, da bin ich halt mehr so der Rahmengeber und habe das Ganze aber ergebnisoffen gestaltet. Alles klar. War dann dein erstes Training im Vertrieb, was du gegeben hast? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube sogar, es waren direkt Führungskräfte. Echt? Das hat mich noch mehr überfordert. Ja, ja, weil ich, also auch wieder, mir wurde das zugetraut und dann gab es irgendwie so einen Anlass. Und dann hieß es, ja, das machst du schon, das schaffst du schon. Die Grundausbildung hast du ja jetzt und dann bin ich da irgendwie reingesprungen. Ich bin auf den Themen reingesprungen in meiner beruflichen Karriere und habe es dann gut gemacht. Und ab da war dann auch sofort das Gefühl da, dass ich das wohl wirklich kann. Ja, und dann kam halt auch die positive Bestätigung dazu. Es war gar kein Vertriebsthema. Es war ein Führungsthema, ja. Magst du uns mal, wenn du dich daran erinnerst, in den Moment fünf Minuten vor deinem ersten Training holen? Ja, also du bist ja, wenn du Trainer bist und Profitrainer bist, bist du ja erstmal extrem gut vorbereitet. Sollte man sein, ja. Genau, auf der konzeptionellen, auf der inhaltlichen Ecke bist du total safe. Da weißt du genau, was passiert und so weiter. Ja. Was für mich immer wieder und auch tatsächlich heute immer noch eine große Herausforderung ist, ist der emotionale Zustand, ja. Also, dass du einfach hochgradig angespannt bist. Okay, hol uns da mal bitte rein. Also, wie fühlt es sich da vor deinem ersten Mal? Ja, ist schrecklich. Also, es ist so kurz vor, ich habe die Hosen voll und ich will hier weg, ja. Also, das ist so der Fluchtgedanke, ne. Okay. Den wir ja gerne haben, wenn wir so angespannt sind. Weil du weißt im Konzept genau, was passiert, aber du weißt natürlich nicht, wie die Menschen reagieren. Weil Menschen sind ja sehr individuell und du weißt ja nie, wie finden die dich. Also, mögen die dich? Finden die dich blöd? Trauen die dir das zu? Gehen die in Widerstand? Also, bis hin zu, gehen die in die Verweigerung, ja. Und das ist natürlich etwas, das kannst du nicht planen. Also, das kannst du zwar so ein bisschen über ein paar Methoden oder so, ein paar Hilfsmittel, kannst du versuchen, das klein zu halten. Aber am Ende weißt du es eben doch nicht. Und das kann dir nachher auch ziemlich schnell auf die Füße fallen. Ich bilde ja heute auch Trainer und Coaches aus. Und da sprechen wir tatsächlich auch immer wieder über diese Situation, ne, die du jetzt gerade fragst. Über die erste. Ja, genau. Wie kann ich das hinbekommen, dass ich da stabil stehe, dass ich eine Kompetenzanmutung habe, dass mein Konzept gut ist, dass ich viele Dinge richtig mache, damit mir nicht irgendwo, wo ich es nicht brauchen kann, irgendwas auf die Füße fällt. Und da kann ich natürlich sehr gut auch aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Ich hatte jetzt auch schon ein paar kleinere Redner ein. Mir fällt das voll gerade hier. Redner Einheiten oder Vorträge. Vorträge, danke schön. Und bei mir war das immer so, dass ich lange davor überhaupt nicht nervös bin, fünf Minuten davor extrem. Und dann aber, wenn ich merke, dass es gut funktioniert, die ersten zwei, drei Minuten, wenn die Einleitung sitzt und die Leute zuhören, dann ist das weg. Dann bin ich voll drin. Wie ist das bei dir? Oder gerade damals? Also die ersten Minuten sind entscheidend, ja. Und egal, ob es eine Rede ist oder ob es ein Training ist, wenn ich im Zweifel das Gefühl habe, dass ich da eine Sicherheit haben möchte, um mich gut zu fühlen, dann lerne ich es auswendig. So blöd das klingt, ja. Das kommt dann nicht auswendig gelernt rüber. Das ist ja dann wieder die Leistung, die wir hinbekommen, dass du da nicht stehst und sagst so. So, dann ist es natürlich doof, ne. Sondern es kommt trotzdem belebt rüber, aber ich weiß genau, was ich sagen will. Und damit habe ich eine andere Art von Sicherheit und bin dann schon nicht mehr so angespannt. Das hilft mir tatsächlich auch sehr, sowohl fürs Training als auch für Impulsvorträge oder für Speeches oder Keynotes, die halt auch gehalten werden, ja. Lief das gut, das erste Training? Ja, lief extrem gut. Damit habe ich auch selbst gar nicht gerechnet. Und du bist dann auch fertig. Also du weißt genau, was du geschafft hast. Ich glaube, es waren zwei Tage. Also du meinst körperlich und geistig fertig, glaube ich. Ja, ausgelaugt. Du bist alle, ja. Also die Batterie ist einfach in dem Moment total leer, weil du auch mit der hohen Anspannung und Energie da reingehst und die Leute packst und packen willst und weißt auch, du hast es geschafft. Aber du bist einfach irgendwie total am Ende gefühlt in dem Moment. Und es ist aber so eine glückselige Fertigkeit, ja. Ja, zufrieden. Genau, du merkst halt, wow, das ist irgendwie geil. Das ist schon geil, muss ich sagen. Das ist schon ein geiles Gefühl. Also für alle, die die Idee haben, da hinzugehen, sagen wir mal jetzt Erwachsenenbildung oder Persönlichkeitsentwicklung oder so, denen kann ich das nur empfehlen, weil das, was du schaffen kannst und wie das Gefühl ist währenddessen und auch nachdem du es geschafft hast, das ist echt kaum in Worte zu schreiben. Das macht was mit einem. Und im Zweifel macht das dich sogar sehr, sehr glücklich. Da muss ich gerade dran denken, dass es sehr, sehr glücklich macht. Dann wahrscheinlich im Umkehrschluss ja auch, wenn man versagt, richtig, richtig traurig. Ja. Ich hatte mal von, ich glaube, das war von Tobias Beck gehört. Persönlichkeitsentwicklung, wenn man sich damit beschäftigt, dass man muss sich bewusst sein, dass quasi die Hochs höher werden können und die Tiefs tiefer, als wenn man sich nicht damit beschäftigt. Stimmst du dem zu? Ja, ich sage mal so, die Erfahrungen, die du sammelst, die gehen tatsächlich in dieser Bandbreite. Die gehen von totale Glückseligkeit, also totale Hormonzufuhr, Euphorie, genau, gutes Wort, bis hin zu total desolate Niederlage. Also wenn ich an meine erste Rede denke, das war ein Ausbilderkongress, das weiß ich noch wie heute. Also ich befinde mich heute noch gedanklich in diesem Raum, weil es ganz schlimm war. Ich habe geschwitzt aus allen Poren, ich habe mich maximal unwohl gefühlt, obwohl ich sehr gut vorbereitet war. Und ich habe nachher die senile Bühnenflucht angetreten, weil ich gemerkt habe, das Publikum zündet nicht, es funktioniert einfach nicht. Ich bin richtig, im wahrsten Sinne des Wortes, von der Bühne geflüchtet. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Aber das gehört eben auch dazu und frage nicht, wie ich mich danach gefühlt habe, das war halt desolat. Also ich habe mich richtig schlecht gefühlt und du denkst halt, ich werde das nie wieder tun. Also ich kann das nie wieder tun, weil ich kann das einfach nicht. Also das ist schon, das macht auch was mit einem, im negativen Sinne. Was heißt Flucht? Also hast du den Vortrag einfach schneller beendet oder bist du wirklich gegangen? Nein, nein, also ich habe nicht abgebrochen, ich habe es deutlich beschleunigt und dementsprechend mit extrem vielen Fragezeichen saßen dann auch die Teilnehmer da. Und von daher war das einfach nicht gelungen, das war auch für die Teilnehmer nicht hilfreich. Für mich war das insoweit hilfreich, als dass ich da einen Kollegen vor Ort hatte, der mir danach dann direkt Feedback gegeben hat, der mich so ein bisschen aufgefangen hat, also ein Speaker-Kollege. Und ich dann für mich, der sowas kennt und der mich da auch begleitet hat und der sehr wohlwollend auch mir gegenüber war und der mir dann sofort auch Ideen gegeben hat, wie ich das in Zukunft besser lösen kann. Ja, ich glaube, sowas ist wichtig und da bist du ja auch jemand, der sehr, sehr, also wie ich dich kennengelernt habe, ist jetzt sehr auf Feedback, also immer nach Feedback fragt. Ja, also vielen Dank, dass du das feststellst und das ist tatsächlich so. Also ich gebe gerne Feedback und ich habe den Eindruck, dass die Menschen auch damit was anfangen können. Aber genauso nehme ich mich auch selbst beim Wort und bin gerne Feedbacknehmer. Das heißt, also ich bin tatsächlich offen für konstruktiv und am liebsten sogar kritisches Feedback, weil ich weiß, dass ich mich verbessern kann. Da muss ich dir absolut zustimmen, dass du direkt Feedback gibst, also beim anderen auch. Aber Heiko ist jemand, der, wenn du mit ihm sprichst und er irgendwas merkt, dann spricht er direkt an, Philipp, warte mal kurz, ich merke gerade, dass das und das gerade gesagt wurde. Kann es sein? Und dann geht das so weiter. Also das, aber das ist sehr, sehr schön und das schätze ich auch auf jeden Fall. Ja, weißt du, ich mache das ja nicht unaufgefordert. Also wir haben das dann schon geklärt, ob du das willst oder nicht. Das ist ja, also nicht, dass die Zuhörer jetzt denken irgendwie, ich nötige mich da den Menschen auf. Nein, nein. Es ist schon so vereinbart dann. Aber wenn es dann vereinbart ist, dann ist auch wieder dieser maximale Optimierungswille da. Im positiven Sinne, dass ich den Menschen tatsächlich stärken, unterstützen, weiterbringen, weiterentwickeln möchte. Und das nehme ich sehr ernst. Also wenn ich dieses Mandat oder diesen Auftrag bekomme, nehme ich das sehr ernst und mache das auch wieder, sind wir wieder bei Liebe und Leidenschaft. Ich mache das voller Liebe und voller Leidenschaft. Und das kommt auch bei den Menschen an und sie verstehen, was es ihnen auch bringen kann. Und deswegen ist das ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Wie gesagt, ich kann da dem absolut zu sprechen. Vielen Dank. Wir wollen einmal weitergehen in der Historie. Du hattest jetzt deinen ersten Trainingsauftrag. Wie kamst du jetzt, wie waren deine weiteren Stationen, wie kamst du dazu? Ja, erst mal machst du dann, wenn du in so einem Unternehmen bist, machst du dann weitere Trainings. Das ging aber gar nicht lange. Um Routine zu bekommen. Ja, genau. Also verschiedene Themen. Dann ging es um Sales, dann ging es um Führung. Dann ging es um, also dann gibt es eine gewisse Bandbreite an Themen. Waren das Themen, die du schon drauf hattest oder wo du dich auch noch einarbeiten musstest? Nein, in den meisten Fällen habe ich die nicht drauf gehabt, sondern habe mich dann erst damit beschäftigt. Du machst als Trainer dann Recherche. Du baust ja das Konzept. Du guckst, was ist an Infos vorhanden sozusagen. Was willst du überhaupt vermitteln? Lernziele, hattest du vorhin gesagt und so weiter. Also du setzt dich ja sehr intensiv dann mit der neuen, das Fachwort dafür ist Trainingsanforderung auseinander, die dann bei dir auf dem Schreibtisch landet. So dann beschreibt dir der Kunde, wo er seine Mitarbeiter hin entwickelt haben möchte. Und dann machst du das Trainingskonzept dazu. Und in dem Moment fängst du teilweise auch erst an, dich mit dem Thema zu beschäftigen. Gerade wenn du junger Trainer bist, so wie ich das war, weil du dann in vielen Stellen vielleicht die praktische Erfahrung des Tuns hast, aber nicht dir Gedanken darüber gemacht hast, wie du das jetzt vermittelst, was du da tust und was du da kannst. Okay, das heißt, es ist nicht so wie bei einem Vortrag zum Beispiel. Ein Kunde findet dich übers Internet, sieht, du bist für den und den Vortrag oder für das Training buchbar und bucht dich einfach. Und bekommst zum Beispiel, wie bekomme ich nörgelnde Mitarbeiter zu freudestrahlenden Menschen. Sondern im Vorgespräch wird gesagt, er, was er gerne hätte und du musst dich darauf anpassen mit deinem Thema. Ist das richtig so? Ja, weißt du, der Kunde kann oft gar nicht so genau beschreiben, was er eigentlich will. Und dann gilt es erstmal mit dem Kunden ein klärendes Gespräch zu führen. Das ist so ähnlich wie im Verkauf die Bedarfsanalyse. Wir nennen das halt Auftragsklärung. Das ist nur ein anderes Wort dafür, aber das ist im Grunde erstmal nichts anderes. Versuchst du erstmal zu klären, was der Kunde eigentlich möchte. Und dann baust du erst sehr viel später das entsprechende, genau passende Trainingskonzept und Produkt oder Format dazu. Und das ist dann sehr customized, also sehr individualisiert, sehr angepasst. Also ich mache selten Sachen, die so von der Stange kommen, also die ich sowieso schon in der Schublade habe und die ich schon 180 Mal gelehrt oder trainiert habe. Meistens sind das tatsächlich sehr individualisierte, spezialisierte, angepasste, an den Kundenbedarf angepasste Trainingsformate. Ja, das ist ja auch nachher, glaube ich, die wichtige Arbeit, das andere Serie, das Handwerk wahrscheinlich. Ja, das ist auch tatsächlich, du hast vorhin einen schönen Begriff genannt oder gefunden, der ist Routine. Also vieles im Training ist bei mir natürlich internalisiert, also verinnerlicht, weil ich das täglich mache. Ja, also da muss ich nicht mehr drüber nachdenken. Aber diese Konzeptarbeit, da hast du schon recht, die ist immer nochmal ein bisschen was anderes, weil da lässt du dir auch dann immer mal neue Dinge einfallen oder du probierst Dinge aus. Oder je nachdem, wie mutig der Kunde auch ist, ich bin auch Spezialist für Training Experience, also für erlebnisorientierte Trainings. Also nicht nur Sprechen. Genau, nicht nur Sprechen oder auch nicht nur Gruppenarbeit und Partnerarbeit und Moderationskarten und so weiter. Wir haben also auch schon Manager, Top-Manager in großen Konzernen oder Unternehmen tatsächlich über Erlebnisparcours laufen lassen. Ja, also Themen gebunden, nee, nee, schon drinnen, aber da haben wir dann wirklich so Erlebniswelten, Trainingserlebniswelten aufgebaut, wo die dann wirklich bestimmte Situationen auch durchleben und auch durchleiden durften. Warum? Einfach, weil es wichtig ist zu verstehen, wie fühlt sich jemand, zum Beispiel ein Kunde in einer bestimmten Situation, um dann auch entscheiden zu können, oh, da ist wirklich Handlungsbedarf. Und da haben wir dann entsprechende Erlebniskonzepte aufgebaut und das sind auch bis jetzt so die spannendsten Trainingskonzepte, die ich auch mit umsetzen durfte, also entwickeln und auch umsetzen durfte. Das glaube ich, weil man dann natürlich auch immer die Freude danach hat, etwas Neues geschaffen zu haben und nicht aus der. Ja, das ist geil. Ja, das ist einfach geil. Wie bist du dann zum Coach gekommen danach? Im Grunde ist das eine Zusatzausbildung, weil ich gemerkt habe, also bei mir ist immer dieser Gedanke da, ich möchte mich selbst weiterentwickeln und es passiert jedes Jahr irgendwas Neues, was ich mir auch gönne, was ich mir wieder neu drauf schaufle. Also du holst dich gerne in neue Situationen rein? Ja, und auch in neue Ausbildungen, also dass ich meine Expertise und meine Kompetenz auch erweitere und dass ich nie stehen bleibe, weil du könntest jetzt auch 20 Jahre, ohne dich weitergebildet zu haben, Training machen, das ist gar kein Problem. So wie viele Lehrer. Genau, ja, und dann orgelst du vielleicht nur noch die, also jeder kennt ja diesen Lehrer, der irgendwie seine Folien runterorgelt oder die vorgeschriebenen, ja, ja, genau, also ganz, ganz gruselig. Also jeder hat seinen Grund, das so zu machen, wie er es macht, das ist ja auch für den jeweiligen Anlass vielleicht gar nicht so verkehrt, aber ich bin halt jemand, der nicht stehen bleiben mag und der sich gerne weiterentwickeln mag und deswegen finde ich es gut, sozusagen auch immer auf neue Themen zu gucken. Genauso war das mit dem Thema Coaching auch, weil ich dann festgestellt habe, ich möchte in dieser Arbeit eins zu eins, also Training ist ja oft Gruppe. Ja, wie viel ungefähr? Also acht, zehn, zwölf, fünfzehn, zwanzig Leute. In dieser Arbeit eins zu eins möchte ich einfach noch stärker, noch kompetenter werden, da möchte ich noch mehr Handwerkszeuge lernen und mehr Tools und Techniken, um wirklich auch Menschen wirkungsvoll begleiten zu können. Also hattest du das Gefühl, dass du in Gruppen nicht genug helfen konntest? Nee, das hat damit nichts zu tun. Ich habe einfach festgestellt, dass das ein gängiges Format ist. Coaching. Coaching. Was nachgefragt wird, was akzeptiert ist auch und heute ja noch viel mehr akzeptiert ist als vor zehn Jahren. Ja, jeder ist irgendwie Coach für irgendwas. Oder Coach in Lebensfragen oder im Sport oder im, also gibt es ja tausend Ausprägungen. Und ich habe einfach festgestellt, dass diese Arbeit im One-to-One, also im Eins-zu-Eins mit den Menschen noch wirkungsvoller, noch intensiver, noch produktiver ist und einem noch mehr tatsächlich auch zurückgibt. Also ich muss gar nicht immer die große Bühne haben, sondern wir können auch zu zweit hier sitzen und ich könnte dich jetzt coachen und wir hätten ein gemeinsames Erleben zu etwas, wo du dich signifikant weiterentwickelst und total wie so eine Blüte so aufgehst. Und das ist einfach auch nochmal ein ganz anderes Glücksgefühl und eine ganz andere Erfüllung, die ich dann für mich spüre und derjenige für sich natürlich auch spüre. Ja, sollte. Ja, das ist so. Aber ich glaube, im Coaching ist es ja wahrscheinlich dann auch für den Coachee, der, der gecoacht wird. Genau. Meistens entsteht Wachstum ja daraus, dass man erstmal eingestehen muss, dass irgendwas nicht so läuft. Ja. Von daher stelle ich mir jetzt vor, dass bei vielen Klienten dann wahrscheinlich erstmal dieses Loch einmal erreicht werden muss, diese Erkenntnis, dass irgendwas tatsächlich nicht gut läuft, um dann zu gucken, wie es besser läuft. Ja, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Wort Loch, ehrlich gesagt. Ja, emotional ist das gerade so, dass ich so, was meint der denn jetzt mit Loch? Genau, also man ist vielleicht kurz traurig. Ja, okay, genau. Also der emotionale Zustand, um sich auf eine Veränderung einzulassen, ist natürlich schon relevant. Also zu erkennen, dass ich tatsächlich ein Problem habe. Und je mehr ich erkenne und je schmerzhafter das ist, dass ich das erkenne, zumindest in diesem geschützten Umfeld Coaching, also in der 1-zu-1-Beziehung, dieser intimen 1-zu-1-Beziehung mit dem Coach, ist es schon wichtig, dass ich das verstehe, dass das auch tatsächlich ein Problem ist, um dann eben daran auch weiterzuarbeiten und herauszuarbeiten, was kann ich jetzt tun, damit es kein Problem mehr ist in meinem Leben. Ja, und das ist dann schon wichtig, ja. Also wenn das ist, was du mit Loch meinst, dann ist es wohl das, genau, ja. Okay, ist vielleicht ein bisschen ein harter Begriff gewesen. Nee, nee, alles gut. Wir können das ja anpassen. Okay, genau. Aber das meinte ich, ja, genau. Okay. Als du dann deine Coaching-Ausbildung wahrscheinlich gemacht hast, dann deinen ersten Coaching-Klienten hattest, hattest du da den Fokus auf eins und beiden gesetzt, Training oder Coaching, oder hattest du parallel quasi beides betrieben? Gab es etwas, was dir da wichtiger war? Also das eine ergab dann oft das andere, beziehungsweise wurde kombiniert. Wenn du heute, du hast mich ja angekündigt als jemanden, der auch für Personalentwicklung steht. Ja. Wenn du Personalentwicklung in Unternehmen machst, dann kommen die Formate gemischt vor. Das heißt, du bietest sowohl als Unternehmen Training an, als auch Coaching, als auch, was ja jetzt im Moment viel passiert, Online-Training, Webinare, Virtual Classrooms, also alles, was digital passiert. Und das Ganze zusammen nennt sich ja Blended Learning. Das heißt, es gab sowieso, wenn es gut durchdacht war und gut gemacht war und auch ist, also heute auch noch ist, eine Kombination aus Training, da hast du dann den Menschen was beigebracht und hast es mit ihnen eingeübt. Also die Theorie quasi. Ja, nicht nur die Theorie, sondern auch die Theorie ausprobieren, dazu Feedback bekommen, also praxisorientiert umgesetzt. Und dann sind die Menschen in ihre, sagen wir jetzt mal, in ihren Shop verkauft zum Beispiel zurück oder ans Telefon als Callcenter-Agent oder so zurück oder auch als Führungskraft zurück. Und dann haben sie im Grunde das Wissen ja versucht, in der Praxis, in der Realität umzusetzen und da hast du sie dann im Grunde als Coach begleitet. Das heißt, für mich war das ein ergänzender Part, der einfach sowieso logisch war, dass ich da auch eine Ausbildung habe, weil ich um das Thema Coaching einfach gar nicht drum rumkomme, wenn ich über Erwachsenenbildung und Personal- und Persönlichkeitsentwicklung rede. Weil es einfach ein Glied einer Kette ist. Genau. Und sinnvoll zusammengehört auch im besten Fall, kombiniert ist. Ja, hattest du damals, das, was du vorhin so schön beschrieben hast mit dem Radio und Fernsehen, den leichten Drang nach Präsenz und ein bisschen Berühmtheit? Hattest du das dort noch irgendwie im Kopf oder irgendwie gespürt, weil es ja oftmals dann wahrscheinlich nur firmintern ist? Ich habe diesen Famous-Gedanken sowieso nicht, auch heute nicht. Also ich muss nicht auf der Bühne stehen, um mich zu produzieren oder um irgendwas Bestimmtes in meinem Selbstwertgefäß irgendwie aufzufüllen. Interessante Geschichte, die erzähle ich tatsächlich auch sonst gar nicht. Also die kriegst jetzt nur du, Philipp. Okay. Du kannst exklusiv. Und ich die höre und höre. Ja, die natürlich auch, ja klar. Aber wir behalten das ja, es bleibt ja unter uns. Ja, das ist quasi, ja. Genau. Also ich bin früher, da war ich tatsächlich noch sehr jung, auf Familienfesten aufgetreten. Okay. Und habe sowas wie Alleinunterhaltung gemacht. Und ich habe einfach festgestellt, wenn du mit den Menschen was machst, ja, und ihnen Freude bereitest und mit ihnen eine gute Zeit schaffst aufzubauen, dann kriegst du was zurück, was unbezahlbar ist. Das ist dieser Effekt von Applaus, von Anerkennung, von Wertschätzung, von Würdigung. Aber auch, weil du ihnen ja was gegeben hast, ja. Also oft ist das Energie, ja. Also auch Dankbarkeit irgendwo. Total. Und das ist für mich aber gar nicht, ich muss jetzt hier der mega gefeierte Ultra-Gigantomat-Star sein. Das ist überhaupt nicht mein Antrieb. Sondern dieses, ich gebe etwas und ich bekomme etwas zurück. Das ist so das Prinzip, was mich tatsächlich die ganzen letzten Jahre so unglaublich begeistert. Weil ich dann eben auch die Bereitschaft habe, viel Energie reinzustecken und zu wissen, es kommt mindestens, ja, Dankbarkeit ist ein schönes Wort, es kommt mindestens eine Würdigung, eine Dankbarkeit zurück, dass da was Gutes passiert ist. Und daraus ist irgendwann, glaube ich, dieser Gedanke entstanden, so Richtung Radio und Richtung Fernsehen, um das Talent, was mir dann da auch zugeschrieben wurde, vielleicht auch im größeren Stil zu nutzen. Aber nicht, weil ich berühmt sein will. Das ist heute immer noch nicht so. Also du wolltest dir das Gefühl nur öfter haben oder mehr haben. Ja, genau. Diese Resonanz. Du hast eine Resonanz. Also wenn du, wie du jetzt einen Podcast machst und den finden Leute gut oder sehr gut, sie feiern ihn. Ja, natürlich. Sie lieben ihn. Also alle lieben ihn, ja. Das muss ich nochmal dazu sagen. Ihr müsst diesen Podcast hören, ja, also von Philipp unbedingt mit Muße, ja. Aber also das, was du zurückbekommst, ist ja eine Response, ist ja eine Resonanz. Und diese Resonanz, die macht ja was mit dir. Die macht dich auch stolz. Ich bin einfach stolz, wenn ich was geschafft habe, weißt du. Und dann ist es mir auch eine Ehre, was mit Menschen gemeinsam gemacht zu haben. Das ist bei einer Bühnenperformance à la Speaker natürlich noch gigantischer. Weil dann machst du eine Stunde was mit diesen Menschen, du gibst denen gnadenlos viel Energie und sie geben dir das zurück, indem sie ausflippen, ja, also indem sie total begeistert sind. Und du hast vorhin das schöne Wort gesagt, euphorisiert sind, ja, und Euphorie empfinden und für sich was mitgenommen haben. Und das ist einfach so ein geiles Gefühl. Da kommt so viel zurück. Das ist der Grund, warum ich auf die Bühne gehe, aber nicht, weil ich berühmt oder bekannt sein möchte. Also du freust dich einfach mit denen. Ja. Tatsächlich. Ja, wir freuen uns gemeinsam. Also jeder auf seine Art, weißt du, weil die haben was mitgenommen und sie geben mir was zurück. Das ist genau wieder dieses Geben und Nehmen Prinzip. Das ist für mich so substanziell. Ich möchte einmal auf den Punkt drauf, weil der einfach gut passt. Und wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, aber das finde ich wichtig. Ich war, das erste große Seminar, gerade im Thema Persönlichkeitsentwicklung, was ich besucht habe, war Tobias Beck, dieses Einführungsseminar. Und ich bin da sehr ohne Vorahnung reingegangen. Und es war wirklich toll. Es hat mich wirklich begeistert. Und man hat immer wieder sehr emotionale Hochs gehabt. Gerade am Ende warst du einfach extrem euphorisiert. Und es war einfach super. Also wirklich das erste Mal da war echt super. Aber dann, das, was natürlich viele beschreiben und was ich auch ganz stark danach gespürt habe, ab nach so drei, vier Tagen ist es schwer, diese Euphorie zu halten. Du hast ja jetzt ja nicht mehr so, aber du hast ja auch eine Zeit lang ähnliche Sachen gemacht. Korrigiere mich gerne. Aber auch viel mit, ich sag mal, Energie wecken, so ein bisschen mit Euphorie aufbauen. Was ist da das Mittel gegen, um die Leute länger behalten zu lassen? Vielleicht ist das eine blöde Frage, aber das höre ich sehr häufig. Nee, finde ich gar nicht. Das finde ich eher eine interessante Frage, weil diese, also ich schätze den Tobi sehr, ja, weil wir haben sehr intensiv zusammengearbeitet. Und das, was er macht, ist in einer gewissen Art und Weise sehr magisch. Das Phänomen, was du beschreibst, passiert allerdings auch recht häufig, dass die Menschen eben sehr hochgejubelt sind, sehr begeistert sind und dann irgendwie das Ganze relativ schnell wieder abflacht. Und dann muss ich mir natürlich auch die Frage stellen, oh Gott, wie ist das mit der Investition? Hat sich das jetzt für mich gelohnt, wenn ich das auf längere Sicht nicht aufrechterhalten kann? Ich glaube, die Antwort darauf ist, das Thema Konzept, also wie ist das Konzept angelegt? Wenn ich danach weiter ins Tun komme, wenn es eine Transfersicherung gibt, so nennen wir das in der Erwachsenenbildung, dann ist es gewährleistet, dass dieses Loch nicht kommt, sondern dass du ganz konkret anfängst, Dinge zu übersetzen, die du dir schon vorgenommen hast. Ja genau, einen Plan, ja, oder eine Maßnahme oder eine Idee von, wie geht es danach weiter? Und im besten Fall bist du danach dann sogar auch noch weiter begleitet. Und wenn das nicht gewährleistet ist, also du quasi dir selbst und dem Alltag wieder überlassen bist, dann kracht das eben ganz oft weg und ist dann wirklich auch nicht nachhaltig. Hat dir dann zwar eine gute Zeit beschert, ich glaube, das würden heute alle bestätigen, die jemals auf solchen Events waren. Außer Nörgler vielleicht? Außer Nörgler, ja okay, die finden auch immer was und sagen, es war irgendwie... Aber heimlich, heimlich fanden sie das gut. Ja, ja, genau. Also vielleicht feiern sie es in sich drin, genau, ganz tief in sich drin. Es sind ja keine schlechten Menschen, also Nörgler sind einfach so, wie sie sind erst mal. Aber genau, und wichtig ist eben, wie ist das auf Nachhaltigkeit angelegt? Und ich glaube, viele dieser Persönlichkeitsformate sind per se erst mal nicht auf Nachhaltigkeit unbedingt ausgelegt. Okay, das ist interessant. Das ist jetzt gar kein Vorwurf oder das macht jeder auf seine Art. Deswegen will ich mich da auch in gewisser Art und Weise von distanzieren, weil du eben sagtest, ich habe sowas auch gemacht. So habe ich es wahrgenommen. Alles gut, gar kein Problem. Ich mache tatsächlich eher Dinge, die aus meiner Sicht deutlich nachhaltiger angelegt sind. Und wo eben genau dieser Faktor, wie kracht das ab, wann kracht das ab, warum kracht das ab und wie kann ich verhindern, dass es abkracht, im Konzept schon berücksichtigt. Und das ist dann der Unterschied vielleicht auch, wie ich es mache und wie es möglicherweise auch andere sehr geschätzte Kollegen machen. Okay, interessant. Das heißt, gut, das macht ja auch Sinn, dass es einfach eine Art tatsächlichen Plan, der dann natürlich auch bezahlt werden muss, durch Seminare und grob danach, einfach folgen muss. Weil ich glaube, durch allen Facebook-Gruppen ist es schwer, das aufzubauen. Die Frage ist ja immer, was willst du erreichen? Also wenn du jetzt sagst, du hast so ein, nehmen wir mal so ein Jubel-Event, ja, so nenne ich das gerne. Und du hast in dem Moment im Jubel-Event schon eine Erkenntnis gewonnen, so eine tiefe, emotionale Erkenntnis, dann kann das ja schon was gebracht haben. Das heißt ja deswegen nicht, dass es jetzt wertlos ist. Nur die Frage ist ja, wenn ich jetzt die Erkenntnis habe und ich habe dann keine Chance mehr, weil dann ist das Jubel-Event sehr schnell vorbei, mit dieser Erkenntnis weiterzuarbeiten, egal jetzt ob bezahlt oder nicht, aber ob es Bestandteil des Konzeptes ist, dann bringt mir die Erkenntnis eben vielleicht auch nur eine gewisse Zeit was oder in dem Moment was, aber eben nicht mehr in der Nachhaltigkeit meiner Lebensgestaltung. Und das ist eben dann der Unterschied, ja, also wie sehr ist das berücksichtigt sozusagen und wie sehr bin ich dann auch in der Entscheidung, die Dinge weiter zu bearbeiten und nicht eben jetzt einfach nur so stehen zu lassen. Also was wir, was wir glaube ich mittlerweile wissen ist, dass so kurzfristig motivational angelegte Events tatsächlich in dem Moment sehr viel bewegen können und auch tatsächlich ganz gut was bewegen können, aber dass wir auch wissen, wenn wir Dinge tatsächlich erfolgreich auf lange Sicht verbessern und verändern wollen, wie sie ganz, ganz häufig erfolgreich wiederholen müssen. Und wenn wir das nicht tun, wodurch auch immer getrieben oder wodurch auch immer abgesichert, dann wird es eben sehr schnell ein Event, was eine kurze Zeit einfach nur eine gute Zeit gebracht hat, aber mich eben nach vorne raus nicht wirklich weiterbringt. Das ist spannend, also ich würde nämlich sagen, dass meine Haupterkenntnis damals bei Tobi, die war, dass ich einfach das Verständnis, also ich war davor nicht gegen, sondern einfach dieses, ich habe erlebt, wie es sein kann, so euphoriert zu sein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwo solche Werbung von solchen Speakern sehe und jemand sitzt neben mir und sagt, oh, so ein Kram wieder, dann kann ich geradeaus sagen, dass das tatsächlich ein großes Ding ist emotional für einen, natürlich je nach Type, aber ich habe einfach gefühlt, was es machen kann und schätze das auch sehr, die Erinnerung. Von daher ist das, glaube ich, schon mal meine, meine große Erkenntnis hier auch bleibt, natürlich, weil dadurch. Ja, und ich meine, es ist auch gar nicht verurteilen, es gibt ja so viele, auch meiner Kollegen, die sagen, das ist alles ganz schlecht und das ist alles manipulativ und Geldschneiderei und so weiter. Weißt du, das muss ja am Ende der beurteilen, der sich das gegönnt hat. Es gibt ja auch die Zielgruppe einfach. Genau, und die dafür empfänglich ist. Und da gab es auch jetzt einen Markt und ich glaube, der flacht auch gerade wieder so ein bisschen ab, das ist zumindest so mein Eindruck. Was ich aber generell empfehlen möchte, um mal in so eine lösungsorientierte Ecke zu gucken. Guck dir genau an, wo du dein Geld investierst, wenn du dich für sowas jetzt willst entscheiden in Kürze und guckst, was ist mit der Nachhaltigkeit. Also willst du wirklich ein Jubel-Event, dann weißt du das und entscheidest du dich bewusst dafür. Das darfst du entscheiden, weil du erwachsen bist. Das ist eine gute Zeit. Oder, genau, und dann im Zweifel auch nicht mehr. Oder wie soll es angelegt sein? Also willst du tatsächlich danach auch auf lange und längere Sicht quasi davon profitieren? Dann guck dir genau an, welche Maßnahmen gibt es danach noch, die mit angeboten werden, die vielleicht sogar schon in dem Ursprungspaket mit enthalten sind. Wo du dann auch aktiv ins Tun gebracht wirst und in der Wiederholung, in der erfolgreichen Wiederholung im Grunde dein Verhaltensportfolio wirklich erweitern kannst. Signifikant nachhaltig erweitern kannst. Also guck dir das Angebot genau an. Und wie gesagt, beides ist okay. Also wir dürfen uns ja entscheiden. Wir sind ja groß und erwachsen. Und wenn wir das Geld dafür investieren wollen, für ein Jubel-Event, dann machen wir das bitte. Das kann ja jeder tun, auch wenn es bei manchen auf Widerstand stößt oder manche es nicht verstehen können. Aber wenn ich das will, ich gehe auch auf ein Konzert und sage ich, okay, da habe ich auch eine gute Zeit und habe aber vielleicht danach nicht viel übrig davon. Also außer immer mal wieder so einen Gedanken an schöne Momente. Die hast du sicherlich bei Jubel-Events auch. Also das darf ja jeder entscheiden. Da bin ich relativ entspannt. Sehen wir es einfach als Event erstmal an. Genau. So sind sie ja auch angelegt. Also mit allen Rahmenbedingungen. Ja. Okay, ich schaue auf die Zeit. Ich könnte stundenlang weiterreden. Ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen. Ja, absolut, absolut. Ich möchte nur einmal, weil ich stelle die Frage immer und ich finde das einfach sehr interessant, weil da sehr, sehr viele verschiedene Antworten schon kamen. Magst du einmal den Begriff Arbeit und den Begriff Muße für dich erklären? Also was du darunter verstehst, was du darunter empfindest? Und dann natürlich auch vielleicht zusammenschließen zur Arbeit mit Muße. Wann arbeitest du mit Muße? Also Arbeit ist ja generell so ein negativ besetzter Begriff. Also das ist irgendwie anstrengend und das ist hart und das ist steinig. Und im Zweifel ist es ja sogar, wenn wir uns bestimmte Bereiche angucken, durchaus auch sehr, sehr anstrengend, sehr hart, sehr, sehr, sehr schmutzig. Ja, also im Sinne von, wir kommen mit verschiedenen Themen in Berührung, die tatsächlich auch nicht ganz einfach sind. Also ich habe zum Beispiel den höchsten Respekt vor Krankenpflegern und Krankenschwestern. Ja, also sensationell, was diese Menschen, die anderen Menschen helfen, leisten. Das ist uns oft gar nicht so bewusst und wir würdigen das auch als Gesellschaft nicht genug für mein Empfinden. Aber nichtsdestotrotz ist der Begriff Muße für mich das, was die Leidenschaft eben widerspiegelt. Also dass ich das tatsächlich mit einer hohen Begeisterung mache und dass ich das mit einer gewissen auch Gelassenheit mache. Und das, was ich mache, mache ich mit einer, also für mich ist Muße immer Gelassenheit. Also wenn du so willst, das übersetzt, Arbeit mit Gelassenheit. Und dann mag ich aber am liebsten Arbeit machen, die mich erfüllt. Also deswegen wäre das für mich eher so, also Erfüllung mit Gelassenheit. Das würde ich, wenn ich jetzt ein anderes Wort dafür finde oder ein anderes Wortkonstrukt dafür finden müsste, wäre es nicht Arbeit mit Muße, sondern Erfüllung mit Gelassenheit. Und das würde ich dann schön finden. Und so darf ich eben mein Berufsleben auch gestalten. Machen wir uns nichts vor. Ich habe auch gestern an der Steuer gesessen und habe geflucht, weil ich selbstständiger Unternehmer bin. Und das muss einmal im Quartal sein. Aber das ist dann eben richtig Arbeit und da ist auch keine Muße dabei. Da ist einfach nur, ich muss es tun. Will ich nicht tun, muss ich aber tun. Aber alles andere, was ich in 95 Prozent der Zeit machen darf, ist eben diese Leidenschaft mit einer Gelassenheit und mit einer Souveränität tun. Und tatsächlich auch den Menschen damit Gutes tun. Und das ist, was ich feiere und was ich auch sehr, sehr positiv zurückgespielt bekomme. Auf jeden Fall eine, also auch interessante Antwort. Danke. Bist du unzufrieden mit der Antwort? Nein, nein, nein. Es geht hier nicht um zufrieden oder unzufrieden. Ich habe schon zig verschiedene Antworten bekommen und in manchen stimme ich halt mehr als im anderen. Ich möchte gerne noch einmal bei dem Arbeitsbegriff, weil du sagtest gerade, dass der sehr negativ geprägt ist. Kam für mich aber auch so rüber, als ob der auch für dich so geprägt ist. Für mich zum Beispiel ist Arbeit, ich liebe Sport und Sport ist richtig Arbeit, aber trotzdem fühlt man sich danach, fühlt sie dich super, weil du, wenn du etwas geschafft hast oder erschaffen hast aus einer Anstrengung, ist das schöner. Ja, von daher schätze ich die Arbeit. Natürlich gibt es langweilige Arbeiten und monotone Sachen oder unnötige Sachen, die einfach gemacht werden müssen manchmal. Da denke ich immer so dran, dass Leistung oder halt Arbeit manchmal einfach der Weg zu etwas ist. Vielleicht beim Coaching, wie das Loch, was ich meine, das Loch, die Arbeit, nehme ich so. Ja, naja, wenn du dir die Geschichte von Arbeit anguckst, dann ist es ja letztendlich Leistung gegen eine Gegenleistung tauschen, so mal in der Herleitung. Ja, oder auch Felder anbauen, um Essen zu haben. Genau, je nachdem, wofür das halt dann auch jeweils gedacht war. Und ich habe zum Beispiel, ich komme aus einer Familie, also meine Eltern haben extrem viel gearbeitet. Und deswegen habe ich, glaube ich, so im Kindheit, also im Jugendalter für mich eher Arbeit so als anstrengend und negativ besetzt erlebt. Und ich glaube, dass das auch so ein Bild ist, was ich dann eben auch durchaus mit ins Erwachsenenalter tragen kann. Bis ich dann irgendwann für mich entdeckt habe, nee, das ist gar nicht so. Also es muss gar nicht immer nur anstrengend und negativ und irgendwie stressbehaftet sein, sondern Arbeit darf eben auch Spaß machen und Arbeit darf Freude bereiten. Und mit Arbeit darfst du sogar was Sinnvolles in die Welt bringen. Und bis ich das so drauf hatte, da mussten erst ein paar Jahre sozusagen meines eigenen Arbeitslebens ins Land gehen, bevor ich dann das für mich so realisieren durfte. Und heute, da geht ja dein Podcast auch hin, heute darf ich eben genau das machen und damit auch Geld verdienen, was Sinn macht, also Sinn ergibt und was anderen hilft und was sich für mich, zumindest wie ich das vorhin beschrieben habe, im überwiegenden Teil überhaupt nicht als Arbeit anfühlt. Oder wie ich Arbeit damals quasi kennengelernt habe, weißt du? Das ist so dieses, mein heutiges Modell ging das damalige Kinder- und Jugenderlebnismodell laufen lassen. Und das ist heute für mich tatsächlich ein veränderter Blickwinkel. Sehr schön. Jetzt siehst du zufriedener aus. Ich finde die Antwort runder als eben. Also eben war das kurz, du hattest danach dann mit Muß angefangen und da dachte ich, ich will gehen nochmal auf das E drauf. Du willst nochmal auf die Arbeit drauf. Genau, genau. Aber nein, alles super. Das ist ja mein Vorteil. Die Hörer können das ja nicht sehen, aber ich kann dich ja sehen. Und ich bin auch jemand, der gerne so mit Mikro-Expressionen arbeitet, also guckt, was passiert beim anderen, um das dann versuchen zu interpretieren und zu nutzen. Das ist immer blöd, wenn jemand das sagt, wenn man mit jemandem redet, weil dann kann man nicht mehr normal gucken. Ja genau, wie soll ich mich denn jetzt verhalten? Ist das richtig oder falsch? Aber es gibt ja kein richtig oder falsch, ich gucke einfach nur genau hin. Das gibt es auch bei der Frage nicht von daher. Ich gucke jetzt auch weg. Okay, dann habe ich am Ende immer noch drei kleine Fragen. Vielleicht für die Hintergrundinfos für die Leute, die das hören. Ich habe eine Liste von vielen Fragen, die am Ende kommen können und der Gast kann sich immer quasi drei Fragen aussuchen. Das ist vielleicht mal zu nennen. Also es sind immer die Fragen, die der Gast besonders spannend findet. Und die erste Frage davon ist, gab es Bücher, ein Buch oder Bücher, die du bis jetzt am meisten, ich sage mal, Menschen gegeben hast, empfohlen hast, die dir sehr, sehr wichtig waren? Ja, da gibt es tatsächlich welche. Also was ich ganz oft empfehle, ist das Café am Rande der Welt. Wunderbares Buch, ja. Ich habe den Strelacki auch selbst mal live erleben dürfen. Ah, cool. Und das ist also schon gigantisch. Wo kommt die Story an? Ist das ein Amerikaner gewesen? Ja, soweit ich weiß, ja. John Strelacki. Und das ist tatsächlich etwas, also da geht es ja um Zweck der Existenz und warum mache ich, was ich mache und wie kann ich das erfüllen tun. Das ist tatsächlich etwas, was ich insbesondere auch Führungskräften viel empfehle. Die ganze Serie oder nur das Erste? Mir reicht erst mal das Erste, ja. In der Serie habe ich mich auch weiter durchgelesen. Ich habe so den Eindruck, dass wenn du den Grundansatz einmal verstanden hast, dass du die Serie vielleicht gar nicht unbedingt brauchst, weil sie dann immer auf dem gleichen Grundprinzip aufbaut. Das ist aber so meine ganz persönliche Wahrnehmung. Das Zweite, was ich tatsächlich sehr viel empfehle, ist wahrscheinlich eher nicht so bekannt, vermute ich. Das ist nämlich ein Buch meiner Coaching-Ausbilderin. Und die heißt Maren Fischer-Epe und die kommt aus Hamburg und bei der habe ich meine Ausbildung zum Business-Coach gemacht und das habe ich sehr genossen. Das hat mich sehr weitergebracht und die hat ein Coaching-Buch, sozusagen Ziele miteinander erreichen, heißt das, geschrieben. Und das ist sehr praktisch übersetzt, wie Coaching funktionieren kann. Welche Modelle wende ich an und wie funktioniert das wirklich im Doing, ja. Also ein Fachbuch mit richtig Praxisanwendung. Genau, aber nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich werde mit Modellen totgeschlagen, sondern ich habe das Gefühl, ich kann das danach wirklich umsetzen. Ich habe es dann verstanden und das hat sie sehr gut hinbekommen. Also Coaching miteinander, Ziele erreichen von Maren Fischer-Epe, sehr zu empfehlen. Sehr gut. Kann man das online kaufen? Ja. Cool, dann findet man das natürlich in der Beschreibung. Absolut. Für die Leute, die das lesen möchten. Ah, okay. Dann wollen wir das natürlich auch verteilen. Ja, ja, ja. Gibt es noch etwas? Sonst würde ich zur nächsten Frage gehen. Mach gerne die nächste Frage. Was war dein bestes Investment? Das kann Geld, Zeit, Energie sein. Was war das Beste, was du bis jetzt investiert hast, was dich weitergebracht hat? Ja, tatsächlich war das immer Persönlichkeitsentwicklung. Also wann immer ich das Gefühl hatte, es ist wieder Zeit, was für mich zu tun, habe ich dafür gesorgt, dass ich die entsprechende Ausbildung, die entsprechende… Gab es da die eine Ausbildung oder die eine Lehrstunde? Also zuletzt war das Thema Speaker-Ausbildung, wo ich für mich gelernt habe, was bin ich zu leisten im Stande auf der Bühne und wo liegt meine Energie und wo erreiche ich tatsächlich auch am ehesten das Publikum. Das war tatsächlich jetzt zuletzt so das, was nachhaltig hängen geblieben ist und wo ich auch sehr viel Geld investiert habe. Und von dem profitiere ich heute auch sehr stark. Und das ist tatsächlich für mich, aber subsummiert oder zusammengefasst unter dem Oberbegriff Persönlichkeitsentwicklung, also in mich und meine Weiterentwicklung, meine Kompetenzen, meine Fähigkeiten, meine Fertigkeiten investieren, um einfach noch besser zu werden. Oder eben in einem Bereich, den ich noch nicht besetzt habe, Fuß zu fassen und da eben dann auch gegebenenfalls Kunden zu gewinnen. Okay. Dritte und letzte Frage. Wenn du einem Schüler, einem Schulabgänger oder auch vielleicht einem Studenten einen Ratschlag für, ich sag mal, die Arbeitswelt geben darfst, was wäre das? Such dir einen Mentor, der dich unterstützt, also dass du das findest, was deiner Herzensangelegenheit am ehesten entspricht, also deinem Herzenswunsch am ehesten entspricht. Wir haben ja so oft so vorgezeichnete Karrierewege, da musst du vielleicht am Anfang nach dem Studium erstmal zu einer Unternehmensberatung oder irgendwie sowas. Das scheint mir zu allgemein. Ich würde gerne insoweit unterstützen wollen, wenn das jemand nutzen möchte. Ich habe da auch eine Seite, darf ich das nennen, oder? Natürlich. Würde gleich kommen, aber du darfst es gerne vorpreschen. Passt jetzt einfach. Ja. Karrierespringer.de, ja, also da geht es um Karriere, insbesondere von Führungskräften und auch um dieses Thema, mache ich eigentlich das, was mir wirklich am Herzen liegt und für das ich wirklich brenne und für das ich wirklich stehe und wo ich auch auf lange Sicht meine berufliche Perspektive sehe. Und ich glaube, es ist schon wichtig, sich da unterstützen zu lassen von jemandem, der auch schon eine gewisse Berufserfahrung hat, der vielleicht auch Branchen und Unternehmen schon kennt, der die Märkte vielleicht auch kennt und der mir helfen kann, von vornherein eine gute Entscheidung zu treffen. Ist ja jetzt vielleicht nicht so trivial, wie würdest du sagen, findet man einen Mentor? Also in meinem Fall ist das ja sogar ein ehemaliger Chef, den ich heute noch als meinen Mentor bezeichne und den habe ich natürlich jetzt quasi durch die Funktion oder durch das Unternehmen gefunden. Also da habe ich jetzt nicht aktiv gesucht. Heute kannst du aber schon Mentorship tatsächlich auch online sehr gut finden. Also viele meiner Speaker-Kolleginnen und Kollegen oder auch Trainer-Kolleginnen und Kollegen bieten sowas mittlerweile an, also Mentorship-Programme. Da wirst du direkt fündig, wenn du im Internet guckst und da guck halt, aus welcher Historie die Leute auch kommen und ob sie sozusagen aus deiner Sicht das Richtige mitbringen, um dich da erfolgreich zu unterstützen. Würdest du sagen, dass es genauso wertvoll ist, wenn man einen Mentor quasi bucht, als wenn man in seinem Leben auf jemanden stößt, wie du auf deinen Chef damals, der dir einfach aus dem Helfenswillen oder weil er etwas in dir erkennt, dir hilft? Dieser Unterschied. Ja, ich glaube sogar, dass der, der dich findet oder den du gefunden hast oder dass ihr euch findet, auf eine gewisse Art und Weise nochmal eine ganz andere Ebene ist, nochmal intensiver ist und auch nochmal von einem anderen Rahmen getragen wird. Ja, das andere ist natürlich irgendwie so eine formale Beauftragung quasi und es kann natürlich sein, dass das gar nicht so intensiv ist, wie das, was sich eben entwickelt aus einer vielleicht sogar zufällig zustande gekommenen Begegnung. Und aus einer, aus einem, auch aus einer Beziehung und auch aus einem Interesse an einer anderen Person heraus entstanden. Und das kann durchaus eine ganz andere Ebene sein. Es kann intensiver sein, es kann auch wirkungsvoller sein und deswegen ist es aber trotzdem natürlich genauso schwierig wie die Partnerwahl wahrscheinlich da zu suchen, um wirklich den Richtigen zu finden, sondern das wird sich dann aus einem entsprechenden Umfeld wahrscheinlich heraus irgendwann einfach ergeben, dass hier so jemand mal über den Weg läuft. Ich fördere heute einfach immer sehr gerne junge Menschen und die laufen mir natürlich über den Weg und die freuen sich dann auch, wenn sie eine entsprechende Empfehlung bekommen oder wenn sie sich dann sogar irgendwann für mein Mentoring-Programm entscheiden. Aber das hängt tatsächlich auch sehr stark von der Begegnung ab, da bin ich bei dir, also dass wir uns quasi über den Weg laufen. Und das passiert unter anderem ja auch auf Persönlichkeitsevents. Definitiv. Wo kann man dich erreichen? Wenn jemand jetzt genau sagen möchte, er möchte Kontakt zu dir aufnehmen, aus verschiedensten Gründen, egal ob Unternehmen oder natürlich einfach einen Hörer, der dich kennenlernen möchte, wo kann man das machen? Also du findest mich bei Facebook und bei Instagram, du findest mich in den Business-Netzwerken, das ist also LinkedIn und Xing im Wesentlichen und du findest mich natürlich auch im Internet unter www.superheldenreise.com oder natürlich auch per Mail, also zirot.superheldenreise.de. Alle Wege freigeschaltet, gerne melden. Die Links findet ihr natürlich alle in der Beschreibung, von daher muss hier niemand mitschreiben, sondern ihr könnt da einfach raufklicken, dann seid ihr direkt da. Gut, danke dafür. Ich möchte eine letzte Frage ranhängen zum Ende, da du Strelacky schon angesprochen hattest, hast du Big Five for Life gelesen? Ja. Was ist für dich ein Museumstag? Ja, da habe ich tatsächlich oft drüber nachgedacht. Das ist der Tag, der frei von allen Verpflichtungen ist, gefühlt. Ja, also ich kann sozusagen genau das tun, was ich mag und kein anderer, aus welchem Grund auch immer, redet mir da rein. Ja, also freie Gestaltung, völlige Unabhängigkeit, völlige Freiheit. Genuss. Sehr gut. Heiko, ich danke dir vielmals, das war super, super schön. Wir könnten immer weiter reden wahrscheinlich. Danke gleichfalls. Ich könnte mit dir immer weiter reden. Vielen Dank. Alles Gute für dich. Und liebe Hörer und Hörerinnen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf euer Feedback und auf die nächste Folge. Heiko, vielen Dank dir. Bis dann. Ciao. Danke auch. Ciao, ciao.